Musik Lange soll der Attentäter Anis Amri den Anschlag auf dem Breitscheidplatz vorbereitet haben, der am 19. Dezember des vergangenen Jahres zwölf Menschen das Leben kostete und über 50 Personen verletzte. Dreieinhalb Monate später ist die Erinnerung an das Attentat nach wie vor wach und nach wie vor klagen Opfer bzw. deren Verbliebene über Ermittlungspannen und Fehler seitens der Behörden. Nun gab Innensenator Andreas Geisel bekannt, dass Ex-Bundesanwalt Bruno Joost als Sonderermittler die Arbeit der Berliner Sicherheitsbehörden zum Fall Amri untersuchen wird. Doch was sagt der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf zum Thema Sicherheit und zu möglichen Versäumnissen? Das Thema Sicherheit hat uns natürlich im Nachgang wie auch davor beschäftigt. Klar ist, dass die Veranstalter auf dem Breitscheidplatz für ihr Sicherheitskonzept selbst verantwortlich sind und das unter Einbeziehung der Sicherheitsbehörden, sprich der Polizei. Das Bezirksamt ist mit seinem Ordnungsamt auch beteiligt gewesen, allerdings nicht zu Fragen der Sicherheit. Jetzt gab es natürlich im Nachhinein Sicherheitsmaßnahmen tatsächlich, die Absicherung des Geländes. Hätte man das nicht schon früher machen können? Wie gesagt, Anschläge, sonst wären sie nicht so furchtbar geendet wie an dieser Stelle, kann man nicht voraussehen. Natürlich wird die Diskussion geführt werden müssen, wie man zukünftig auf solche Dinge reagiert. Und ob Betonpoller an der Stelle tatsächlich der Weisheitsletzter Schluss sind, wird die Diskussion am Ende ergeben müssen. Die Beschwerden der Opfer lauteten nach dem Anschlag, sie wären komplett von sämtlichen Behörden im Stich gelassen. Teilen Sie diese Auffassung und hätte man da vielleicht was anderes machen können? Selbstverständlich ist klar, dass wer Angehörige sucht, und das ist mir auch zu Ohren gekommen, unzumutbar ist, dass man da tagelang durch Krankenhäuser geht und nach seinen Angehörigen fragt. Also es hätte an dieser Stelle tatsächlich aus meiner Sicht einen zentralen Ansprechpartner, eine Hotline, wie auch immer, geben müssen. Hat es dann im Nachhinein auch gegeben, allerdings sehr spät. Und da habe ich volles Verständnis für den Ärger, den die Angehörigen dort an dieser Stelle erlebt haben. Ich würde mir das für die Zukunft auch anders wünschen. Jetzt soll es in Zukunft auf dem Breitscheidplatz einen Gedenkort geben. Wie soll er aussehen? Können Sie uns dazu schon etwas sagen? Also die Menschen möchten ja gerne einen Ort zum Trauen haben. Das sehe ich auch so. Und das müsste eigentlich auch relativ zeitnah passieren. Klar ist aber auch, dass dieses Gedenken im öffentlichen Raum andere Ansprüche hat als stilles Gedenken. Und deswegen, glaube ich, sind wir da auf dem richtigen Weg. Zumindest hat das die Senatskanzlei federführend angestoßen, hier an dieser Stelle auch einen Gedenkort zu installieren. Wie der am Ende aussehen wird, glaube ich, ist jetzt noch nicht abschätzbar, weil es dazu natürlich einen öffentlichen Wettbewerb auch geben soll, der mit vielen, vielen Vorschlägen dann auch letztendlich zu einem wirklich würdigen Gedenkort kommt. Für uns als Bezirk ist natürlich auch an dieser Stelle nicht unerheblich, dass wir den Ort, den Breitscheidplatz ansonsten, auch weiterhin als Veranstaltungsort nutzen wollen. Und deswegen ist für uns auch wichtig, dass es einigermaßen kompatibel mit dem Gedenkort dann am Ende ist. Wie könnte das aussehen? Da gibt es viele Vorstellungen. Insofern würde ich da nicht vorgreifen wollen, um die Leute nicht voreinzunehmen. Aber Sie sagen, bis zum 19. Dezember 2017 soll es schon etwas Konkretes geben? Das ist auch meine Forderung, wie auch die Forderung der Bundesregierung, wie auch des Senats, dass spätestens am Gedenktag dann etwas Greifbares vorfindbar ist, das dann auch genutzt werden kann. Um auch auf Bundesebene eine reibungslose Betreuung der Anschlagsopfer zu gewährleisten, wurde erst vor wenigen Wochen Ex-SPD-Chef Kurt Beck zum Opferbeauftragten ernannt. Beck soll Kontaktvermittler und Türöffner für die Betroffenen im Bund sein. Ich will zunächst dafür da sein, dass die Betroffenen nicht den Eindruck haben, da hat der Bundespräsident gesagt, wir kümmern uns die Bundesregierung, die Landesregierung und dann passiert nichts mehr. Das ist der erste Punkt, Betroffenheit auch zu zeigen. Der zweite ist zu helfen. Zu helfen über Beratung. Es gibt Menschen, die sind traumatisiert, denen muss man helfen, dass sie an die richtige Stelle geleitet werden. Und dann geht es um materielle Hilfe. Man kann tote Menschen nicht durch Geld ersetzen, aber die materielle Not kann man, glaube ich, an vielen Stellen lindern. Das ist ein sehr komplexer Ablauf und deshalb ist es wichtig, dass man die Menschen begleitet durch die unterschiedlichen Ansatzpunkte, wie geholfen werden kann. Haben Sie auch persönlichen Kontakt zu den Opfern oder den Hinterbliebenen? Ich habe erstens allen einen Brief geschrieben und ihnen angeboten, dass wir uns persönlich treffen. Eine Reihe solcher Gespräche haben schon stattgefunden. Ich habe den Leuten auch angeboten, zu ihnen hinzugehen, entweder privat oder wir treffen uns irgendwo, damit nicht die Atmosphäre eines Ministeriums, in dem Fall des Bundesjustizministeriums, da hemmend wirken könnte. Also ich gehe auf die Leute zu. Ich habe gerade heute vereinbart, einen immer noch schwer betroffenen Mann im Krankenhaus zu besuchen. Ja, wir gehen auf die Leute zu. Und morgen früh wird es ein Gespräch mit dem italienischen Botschafter wegen der beiden italienischen Familien, die betroffen sind, geben. Mit dem polnischen, israelischen Botschafter und so weiter wird ein Ähnliches folgen. Sie haben schon die materielle Not der Opfer angesprochen. Kann diesen Opfern aus finanzieller Sicht genügend Unterstützung geboten werden? Bei genügend zögere ich. Ja, weil wenn, wie in einem Fall, eine junge Frau jetzt allein dasteht, Studium begonnen, beide Eltern tot, was ist genügend? Aber ich glaube, wir finden einen Weg, ihr doch so helfen zu können, dass sie wieder eine Chance hat zu einem Studienabschluss und zu einem selbstbestimmten Leben, dass sie eben nicht auch noch materiell scheidet nach dieser furchtbaren Erfahrung. Wie sieht Ihre Zusammenarbeit mit dem Opferbeauftragten auf Landesebene mit Herrn Weber aus? Hervorragend. Wir haben es gerade heute getroffen, zum wiederholten Mal. Und ich kann nur sagen, nach allem, was ich von den Menschen, mit denen ich geredet habe, höre, nach allem, was ich in den Akten gelesen habe, er hat einen richtig guten Job gemacht, wenn man das so sagen kann. Und wir arbeiten sehr eng zusammen. Wir sind alles andere als Konkurrenten. Er sagt, ich bin froh, dass ich jetzt Fälle, wo es dann auch um Rentenfragen gehen wird, nach einiger Zeit etc., eben weiterreichen kann. Und ich partizipiere sehr von der Erfahrung, die er schon gemacht hat. Gab es dennoch auch Versäumnisse seitens der Behörden in den ersten Wochen nach dem Anschlag? Es gibt sicher einiges, was man lernen kann aus einem solchen Ereignis, das wir Gott sei Dank ja noch nicht erleben mussten in Deutschland. Und insoweit wird es von Herrn Weber und mir abgestimmt, einen Bericht geben, um zu lernen für die Zukunft. Hoffentlich für eine Zukunft, die so nicht mehr eintreten wird, aber man muss sich vorbereiten. Und es gab sicher auch einige Dinge, die man lieber vermieten hätte. Wenn die Charité einen Bescheid verschickt für die Obduktion von ums Leben gekommenen Menschen mit einer Zahl und mit einer Inkasso-Aufforderung, dann ist das sicher ungeschickt. Man hat sich entschuldigt. Aber solche Dinge muss man lernen und zukünftig vermeiden. Fehler und Versäumnisse gab es gewiss. Und noch immer steht eine mögliche Klage der Opfer bzw. deren Hinterbliebenen im Raum. Denn der Albtraum, der sich am 19. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche ereignete, hat für sie nicht nur seelische, sondern auch finanzielle Konsequenzen. Ursprünglich hieß es, die Opfer würden nicht nach dem Opferentschädigungsgesetz, sondern nach der Verkehrsopferhilfe behandelt werden. Der Ausgangspunkt ist das Opferentschädigungsgesetz in der Tat gewesen. Und das sagt eigentlich, dass es Entschädigungen gibt eben für Menschen, die geschädigt worden sind, durch Angriffe auch mit gemeingefährlichen Mitteln. Und man ist sich eigentlich einig in der Rechtsprechung, dass zu solchen gemeingefährlichen Mitteln auch unter Umständen Kraftfahrzeuge gehören. Aber ein bisschen später steht im Gesetz dann drin, dass Angriffe mit Kraftfahrzeugen, ob terroristisch oder nicht terroristisch, darauf kommt es nicht an, nicht zu diesen Mitteln gehören. Und warum steht das drin im Opferentschädigungsgesetz? Weil man vor einigen Jahren sich entschieden hat, diese Entschädigung zu verlagern zu einem Fonds, den die Versicherungen bilden, die Kraftfahrzeugversicherungen, und dass Schadensfälle aus diesem Fonds beglichen werden. Dazu gibt es ein eigenes Gesetz. Und da hat man gesagt, dann können wir diese Situation aus dem Opferentschädigungsgesetz hinausnehmen. Also nicht etwa deswegen, weil er sagte, Kraftfahrzeuge sind nicht gefährlich oder mit Kraftfahrzeugen kann man niemanden umbringen oder verletzen. Das natürlich nicht. Sondern man sagt, wir haben eine Sonderregelung, die zudem den gewissen Vorzug hat, dass sie auch Schmerzensgeld vorsieht, während das Opferentschädigungsgesetz immer an die wirtschaftlichen Folgen von Beeinträchtigungen denkt. Und man meinte, das sei da gut aufgehoben. Und es stellt sich aber heraus, bei Schädigungen, bei Schadensfällen, wo viele zu Schaden kommen, viele Menschen, und sehr hoher Schaden entsteht, dass so ein Fonds nicht ausreichen könnte und nicht hinreichend jeden Einzelfall wirklich ausgleichen kann. Und dann hilft es natürlich nichts. Und dann müssten sie wieder auf die allgemeine Regelung zurückgreifen. Aber da steht eben diese Ausnahmeklausel drin. Und deswegen hat eine Fraktion im Bundestag ja schon den Anlauf genommen, hat gesagt, vorgeschlagen, wir streichen das raus. Wir machen das rückgängig, weil wir gesehen haben, in solchen Fällen mit vielen Schädigungen kommen wir nicht richtig zur Rande. Und das muss in einem Gesetz geregelt sein. Man muss nicht nach zwei Gesetzen gucken müssen, um dann zum Schadensausgleich zu kommen. Aber so weit sind wir nicht. Das steht nach wie vor drin. Aber das ist der Grund. Sonst würde man es ja gar nicht verstehen. Einfach, es besteht eine andere Absicherung. Aber die Frage ist, ob sie ausreicht. Jetzt gab es ja die Überlegung, eben eine Klage einzuleiten. Hat so eine Klage überhaupt eine Chance? Und wen kann man da überhaupt verklagen? Also da es offenbar nicht darum geht, dass irgendwie die privaten Betreiber sich was haben zu Schulden kommen lassen bei der Organisation des Weihnachtsmarktes. Also das können wir mal draußen vorlassen. geht es um die Frage, ob die Stadt, das Land Berlin oder sogar der Bund dafür haftet, dass die Sicherheitsvorkehrungen nicht intensiv genug gewesen sein mögen. Das wäre die Frage. Also eine Frage dann der Staatshaftung, die sich stellt. Allerdings nach heutigem Bestand nur insoweit, als nicht bereits Bund und Land von sich aus gesagt haben, wir gleichen die entstandenen Schäden aus, freiwillig sozusagen und ohne lange zu forschen, ob eine Rechtsgrundlage dafür da ist, die einen Anspruch verleiht, sodass insoweit gar nicht mehr geklagt werden könnte, weil die denkbaren Ansprüche wären bereits erfüllt. Es ist aber vorstellbar, dass jemand sagt, ja, da ist etwas gezahlt worden, aber nicht genügend. Und dann wäre noch Raum zu überlegen, haben wir wirklich einen Rechtsanspruch nach irgendwelchen Grundlagen? Und da würde es dann schwierig werden und auch natürlich eine Frage der Sachverhaltsermittlung sein. Was ist versäumt worden? Und wenn etwas versäumt worden ist an Sicherheitsvorkehrungen, ist es sogar schuldhaft eventuell versäumt worden. Und je nachdem, wie diese Frage, gegebenenfalls von Gerichten beantwortet werden, wäre dann vielleicht noch mehr zu zahlen, als bereits freiwillig gezahlt worden ist. Der finanzielle Aspekt ist nur das eine, aber viel schwerer wiegt das psychische Trauma, mit dem Opfer und deren Angehörige nach dem Attentat vom Breitscheidplatz leben lernen müssen. Es zu verarbeiten, wird vermutlich einen langjährigen seelischen Prozess bedeuten und womöglich für immer tiefe Spuren hinterlassen. Also machen wir ein weiteres Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.